Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Poppy Playtime. Heute mit einem Special Guest. Weil das hat folgenden Grund. Ich bin nämlich immer wieder da, weil es ein ziemliches Schisshaus. Und da habe ich gedacht, wenn noch jemand dabei ist, dann wird das sicher nicht so schlimm sein. Herzlich willkommen, Jamie. Hallo. Wir haben hier das Chapter 2, so wie wir hier sehen. Es geht weiter mit Poppy Playtime. Ich mache es auch nur für euch, muss ich sagen. Ich würde viel lieber etwas anderes auch klären. Aber man muss schon sagen, vielen Dank für die fast 100 Aufrufe, glaube ich. Ich würde sagen, New Game. Ayo. Ayo. Oh Gott. Oh, Jesus Christ. Was ist das, Alter? Boah. Wie märst du den Scheiss von diesen Kindern? Oh, das Spinnen. Das Spinnen, wie das Spinnen, Alter. Wow. 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 Was ist das? Er ist immer noch ein Wahnsinn. Playtime. Oh Gott. Ich will es gar nicht sehen! Ich lasse das Piellen. Oh, geht das jetzt nicht. Nein, ich will es nicht sehen! Das ist jetzt nicht echt! Ich verdecke noch meine Augen! Wake up! Kannst du aufwachen? Poppel Chapter 3. Schon nur der Anfang ist auf Qual. Also wer nicht weiss, natürlich ich als aktiver Zuschauer weiss, was geändert hat, dass er keine schöne Viterine dort geöffnet hat. Doch! Und da ist so eine schöne Puppe drin gehockt. Und der hat ja rausgerissen aus der Existenz. Nein, Puppe hat einfach etwas gesagt und dann ist es dunkel geworden und dann ist es fertig gewesen. Gimme 5, will ich da jetzt wirklich schauen, wann da alles rumsteht? Ah, I doubt it. Das ist da, das ist da, links im Schrank hier. Ah! Ah! Oh ja! Oh du Scheisse! Laufen wir euch! Nein! Ah, es wird ja schon nicht passieren. Das ist ein weise letztes Wort. Sack! Weise letztes Wort! Wird schon nicht passieren. Okay! Merci! Ah ja ja! Safe! Ich komme! Ich komme gleich raus! Ah ja! Gehen wir gleich raus! Oder ane! Tschüss, du Scheisse! Haha! Gehen wir mal wieder! Okay, das ist zu. Das ist... Keil Job! Das ist Keil Job! Ja! Hier geht es auf jeden Fall durch. Können wir da durch? Äh nein! Ach, krass, mein Leben! Oh je, mein Name! Wir haben im letzten Talaschen schwingen müssen! Oh Gott! Halt das Mund, Junge! Wenn du einfach laufen läufst... ...und dann einfach loslassen oder so. Haha! Funktioniert super! Haha! Funktioniert super! Ja! Wenn du einfach loslässt... Ah! Ah! Fast! Ja! Ich komme raus! Ja! 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 Wie geht es schon? Nein! Ist das noch die Konfi? Aha! Ja stimmt, es glänzt ein bisschen mehr. Hallo, ist da jemand? Haha! Halt das, du Goofi, Alter! Haha! Do someone need a hug? Oh, von dir nicht! Nein, nein! Guten Tag! Ja, das war schon durch! Ja, das war schon durch! So! Wow! Wir müssen das Zeug lieber auf die Seite stellen, falls wir hier wieder durchrennen oder so. Man! Ja! Oh Gott! Bei mir auf der Discord übertragen, geht das gerade so derbe gelegt, Alter! Boah! Acht, jetzt müssen wir zu dieser Tür zurück! Richtig rot! Elliot Landwick! Ja, ja! Die Tür ist nicht stabil! What? Okay! 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 Ach, ich hasse mein Leben! Okay! Ja! Ich meisse nicht! Da können wir gleich die Flashbacks des letzten Videos! Auf die Schnurren! Hallo? Hallo? Ah, da oben! Oh! Pfff! Oh! Alter! Bei mir auf Discord ist das so gut! Ich habe es gerade gesehen, Alter! Junge! Mein Ohr ist jetzt gesprengt, Alter! Wir nehmen einfach mal so an, dass die gerade lebt! Das würde schon nicht speziell sein! Gut, Mann! Die schaut mir nach! Die schaut mir nach! Ah! Krass! Mein Leben! Ich will das... Ich will das... Ich will das heller gesagt nicht aufmachen, da! Weil ich weiss jetzt... Du musst halt jetzt machen! Du musst den Strom einfach machen! Ich nehme jetzt mal an! Das ist für die Türe da oben, wo du so zu dem Gang dort kommst, wo es zu ist halt! Du musst mit der Stromleitung machen! Ah! Da! Da! Und da! Und da! Da! Und da! Ah! Ah! Oh, jetzt! Hm! Oh Gott, sie applaudiert! Äh, applaudiert! Oh, das... Das ist ja bescheuert! Ja! Ich würde gerne, dich zurückzahlen! Mhm! Da ist eine Trainstation... Wie sie auf der Polar standen! Ja, geht schon! Und ich... Wir werden raus! Jetzt hört man sie plötzlich... Ach Gott! Ich hört sie überall! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Junge, du machst mir Angst! Come on! Sie ist so richtig gut beleuchtet, auch in Farbkontur, alles super! Was muss ich machen? Äh, wieder hoch! Und jetzt? Auf wieder? Die Chilze da unten, alles gut! Ah! Ah! Jo, das ist mir eigentlich egal! Ja! Mir ist es eigentlich einfach echt egal! Kannst du deine Lippen auch mal bewegen, wenn du... ...redest? Nicht, ich brauche jeder! Gott, halt deine Schnurren, du! Ah, Jamie! Oh, du selber! Jamie, kannst du das nächste Mal nicht... Du einfach auf mich! Du... Also... Also nein, sorry! Also... Also es geht leider... Weischt wegen... Also... Nein, sorry nicht, nein! Ja, dann! Slammer mich! Wow! First try! First try, Alter! Jetzt haben wir ein paar Türen... Ey, sieh mal ruhig! Oh, ja, dann! Ich glaube nicht, dass ich da rein will! Doch, doch! Komm mal auf! Okay, direkt rein springen! Das ist ein Loch sehr... Los! Los! Ich geh! Einfach rennen! Einfach rein springen! Let's go! Sonst schnappt sie dich safe von der Seite! Das beste Geld! Listen... I'm going to meet you, trust me! Ich hätte... 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 Ich hätte das... Egal! 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 So... Ah, da ist die Türe noch... Oh, da ist... Sasometra... Also... Okay... Nein! Hehehe, anscheinend das nichtklaublich! Ah, da wird eine Wand auf! D.h. du musst auf der anderen Seite stehen dort... Nein, nicht so auf der anderen Seite, sondern auf der anderen Seite, ja. So, jetzt nimmst du den... Nein, du musst durch einen blauen Pfosten, glaube ich. Ich glaube, der steht einfach so dort. Also links vom Pfosten musst du durchschiessen. Ja. Über die linke Hand nehmen. Oder die rechte. Scheiße. Nein, nein. Jetzt einfach hier. Nicht den Pfosten dort berühren. An diesem Vorbeilauf holen zu berühren, ja. Oh nein, jetzt musst du aber an der anderen Seite vorbei. Das heißt, von der anderen Seite kommen. Ja, da rum, ja. Da. Und dann. Da rum. Dann rum rumlaufen. Weiter hinteren. Ah ja, so rum. Nein, nein. Keck, musst du auch noch nicht. Ja, da. Jo. Dann würdest du von der anderen Seite rumgehen. Andere Seite rumgehen. Dann einfach hinteren. Auf die andere Seite latschen. Ja, da rüber. Ja, weiter, weiter, weiter. Und jetzt durchhauen. Ja. Maschine. Da musst du runterlaufen. Ah ja, logisch. Hm. Sensoren, wie ist das? Jamie, ich will... Jamie, ich will nicht mehr Angst. Ich habe voll Bock. Ich habe voll Bock. Ich habe voll Bock. Ich habe Bock, ja. Ich habe Bock. Weisst du, man hat gesagt, decke ich nicht einmal. Das kann ja nichts Gutes bedeuten, Mann. Fuck, wo hängt denn die Lampe dran, Alter? Wieso ist der Dorn? Es ist ruhig. Oh Gott. Oh nein. Es ist ein langer Gang und wenn du reinlaust, geht für die Musik, dann geht der Hintergrund raus weg. Das ist das Dümmste in einem Spiel oder in einem Film, wenn du nichts mehr hörst. Du hast ja so Filme geschaut, Horrorfilme. Das ist das Blödste. Ja. Ja, so rein da. Warte einfach mal, bis du bei den Türen bist. Komm, 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 komm. Ja. Okay, wir sind nicht gestorben. Ich wette jetzt, wenn oder so kommt das. Hallo. Wette, die kommt jetzt von der Decke. Wette, die kommt jetzt von der Decke. Wette, die kommt jetzt von der Decke. Warte! Nein! Oh. Oh Gott. Ich glaube nicht. Für mich. Für mich hat es die Tür gemacht. Ähm. So vorne. Ich kann mir die genauer anschauen. Nein, ich sehe mich eigentlich nicht. Oh, die sieht doch nett aus. Bist du die Freundin vom Hoogie Woogie? Ja, wahrscheinlich nicht. Hm. 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 Aha. Aha. Äh. Hm. Hä. Bekomm ich meine Hand. Oh Gott. Wieder. Ja, isst du meine Insights? Das ist mir eigentlich egal. Halbsache ich stirb. Äh, Jamie, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir da rein. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abbo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, Jamie. 100 Albers sind die da. 100 Albers sind die da. Special Funt und tschüss. Ja, tschüss, bye-bye.